Hallo und herzlich willkommen zu Glück zu Let's Play The Longest Journey diesmal Part 2 wollen wir sehen ob wir das Ei retten können und was passiert naja wir sind bis jetzt immer noch auf dieser komischen kleinen Insel hier mitten in der Luft wahrscheinlich auf einem Berg und ja was hat's alles mit diesem oh Entschuldigung was hat's alles mit diesem Baum hier auf sich und ja reden wir einfach mal mit ihm Hallo Hallo Lief uns hier Sind Sie okay? Wir finden unsere Kraft zurück und so haben wir keine Zeit für eine eidlige Konversation wir müssen trinken und erheben Sind wir nicht etwas vergessen? Hush, hör'n The Song of Ancient Wood Is it not sweet? Sweet, definitely Yeah The baby's probably ready to boogie down as well The baby Oh, the egg Thank the earth We almost forgot Hauptsache dir geht's gut Hauptsache dir geht's gut Das Ei ist in Sicherheit What? What? What was that? Uh oh What? What was that? Uh oh It is you, you have come You know me? April, daughter I have been waiting for you I have been waiting for you Waiting? Why? Because it begins here with you as it always has What do you mean? The breach and the mending, the pain and the joy, the end of the old and the dawn of the new A different world I am the mother of what is But you, you are the mother of a future that may yet be How will I know? How will I know what to do? I will guide you And I will protect you As much as I can But in the end You are on your own I'm afraid You always were My child My daughter Das ist krank Werkwürdig This is probably not a good thing What? Oh! Kapitel 1 Penumbra Es sieht nicht aus, dass es bald wieder kühlen wird. Es ist ein anderer Sonnener Tag in Newport. Es ist eine gute Sache, dass das Studio eine richtige Luftkondition hat. Ich versuchte mir, dass ich die meisten von dem Tag arbeiten werde. Und ich will nicht, dass ich diese Versuch verbrechen werde. Nicht diese Zeit. Meine Cash-Card ist in dem Moment sehr gut. Es kann nicht mehr als ein Dollar sein. Schönes Bild, wenn du in Brickwerke bist. Es ist ein Seagull. Der letzte Mann sieht ziemlich hau. Ich habe noch nicht gefunden, was durch die Kanäle in Venice geht, aber ich bin sicher, dass es Wasser nicht sein kann. Leben, die in Amerika, in einer Stadt namens Newport und Stadtteil Venice. Aber so sicher bin ich mir da auch nicht. Okay, ähm... Sehen wir uns das hier mal an. Clothesline. Es ist eine Clothesline. Aha! Benutzen? Oh. Ups. Okay, Rubber-Ducky. Es ist ein Rubber-Ducky. Hilflosig unter dieser rustigen alten Grille. Es ist ein rustiger alten Grille. Kette. Ich weiß nicht, was das für die Kette verändert hat. Aber es ist mit einem Mechanismus verbunden, am Boden des Kanals verbunden ist. Okay. Benutzen wir es doch mal. Okay, immer passiert da nicht. Was ist da? Pipes? Obwohl diese Pipes ausbrechen sind, weiß ich sicher eine Sache. Es ist nicht Wasser. Spiky. 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 Ei. Naja, es ist die Zukunft. Tagebuch, mal angucken. Reden. Zulich. Zulich. Ich bin dein Leben. Tränen, Tränen und Dragegeln. Es ist noch keine Ursache, um zu sprechen zu inanimenden Sachen im im realen Welt. Also schau sie! Es ist eine Bilder von mir und meinen Freunde. Es ist eine Bildung von Charlie, Emma und ich, in Florence Park. Marcus hat es seit einem Monat genommen, bevor es wirklich heiß war. Ich habe mich intermittently aufgemacht, seit ich fünf Jahre alt war. Nicht das gleiche, natürlich. Ich habe diesen, glaube ich, in April dieses Jahr angefangen. Es ist ein kleines Papier drin. Hey, es ist mein Zeitraub von dem Café. Ich habe es komplett vergessen, dass ich es in hier verbracht habe. Gut, dass ich es gefunden habe, denn ich bin kaputt. Es ist mein Diary. Es ist mein Diary. Es ist eine Bildung von Charlie und es ist eine Liste der Stunden, die ich die letzte Woche in dem Café gearbeitet habe. Also, ich versuche halt so viel wie möglich mit den Gegenständen hier zu interagieren. Plant? Ich bin nicht gut, mit dem Leben anzunehmen. Aber diese Plant macht es einfach gut, obwohl Monate der Vergangenheit. Also, ich sage es jetzt nur schon mal im Voraus, ich werde mir sehr viel nebenher ansehen. Also, eigentlich so gut wie alles, mit dem man interagieren kann, werde ich auch interagieren. Ich bin Teil davon, dass ich mehr lesen kann, aber das Leben ist eine zu kurze Generation. Wir haben unsere Illiteranz. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war, wie man den Mann von deinen Träumen schreitern kann. Jetzt, wenn ich nur einen Mann über einen Träumen finden kann... Ich werde alle bereit sein. Alles ansehen und ganz ehrlich, wem das zu langsam, zu langwierig ist, da seid ihr hier nicht beim richtigen Let's Player. Nur schon mal so im Voraus gesagt, denn ich seh mir immer alles ganz gerne an. Das ist mein Werk. Es ist ein Portrait eines meiner Lebensstudio-Lehrer. Aber ich denke, er könnte nicht reagieren. Und ja, ich merke es schon. Ich werde hier ordentlich wenig reden können dürfen in diesem Projekt, denn... Ja. 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 Und, ähm, gucken wir uns mal uns selber an, wie sonst eigentlich die Schuhe an dem Bett... Also, April Ryan, du hast dich selbst anzuhören. Ich hätte besser auf das Studio gehen, um einiges an zu machen. Nur zwei Wochen, bis das große Show eröffnet wird und meine Beiträge ist in starke Hilfe von der Zeit. Es wäre vielleicht eine gute Idee, zu erst einmal getroffen. Ach, was? Geh einfach so. Hat doch niemand was dagegen. Dann gehen wir mal raus. Hey, Babe. Babe, du lacht echt sexy heute. Zack, hörst du, ich habe einen Rennen und... Was ist passiert, April? Wie hast du dich? Ähm, komm, wir sind mal richtig badass und geben ihm ordentlich. Ähm, I was doing just fine until you came along. I was doing just fine until you came along. Hohoho. Was ist das? Hey, hörst du, ich dachte, vielleicht können wir dich und ich heute Abend zusammenhauen. Gehen wir zum Pavilion oder was? Wir können ein paar Rapture, ein bisschen nahe Dance machen. Wie geht's? No, that's not gonna work, Zack. No, that's not gonna work, Zack. What? You got something against me, Babe? Do I offend you in some way? Oh, no. I just don't think it's a good idea for us to be... together like that. Hey, whatever. You come crawling back when you realize your mistake, Babe. I'm out of here. Sicher, sicher. Hier, da waren wir mal ganz gemein zum Arm, Zack. What an asshole. Berechtigt. Also dann, was ist das für ein Ding? Äh, Free Access Terminal. Mal angucken. It's a fact. As in F-A-C-T. Free Access Terminal. Reden. Computer. Voice Interface is not installed. Please use the touchscreen interface to communicate with this Free Access Terminal. Oh, so hot. Oh, okay. Why not consider a very reasonable upgrade? In addition to a voice interface, True Holo Display Technology and Instacredit compatibility. No. I'll just use my hands, thanks. You are missing out on a great opportunity. If you upgrade now... Hold on. You understood that. You have a voice interface installed already. Why would I pay to have another one installed? Current voice interface is for sales purposes only. If you take advantage of this very affordable upgrade today... No, really. You... This Terminal doesn't belong to me. Noted. Please refrain from voice communication in the future. Or you will be reported to the fact FUB and charged for processing time. FUB? Fair Use Bureau. They are authorized to carry deadly arms. Oh. Well, whatever. Sorry. Also, das nenne ich mal echt ne Masche. Die haben alles schon eingebaut und man darf trotzdem noch mal für bezahlen. Ne, wir gucken uns jetzt nicht hier noch mal die Zimmer an. Ne. Die Platze auch nicht. Gehen wir runter. Ui, was ist denn das hier? Gucken wir erstmal aus dem Fenster. We have a nice view of the bridges from this window. Okay, ähm... Hier, ähm, die Tafel da. Mal gucken. Oh, ja, wir haben hier so einiges... Sonst können wir da interagieren. Duty Roaster. Common Room, Duty Roaster. July 27th. April and Emma. Oh, Joy! Manual Labor. My favorite. Okay, Postcard. I'd love to go there someday. Someday soon, hopefully. Was ist das? Be considerate. Keep the volume down after 11 p.m. Fiona. Warum nicht? Pizza and Movie Night. Pizza and Movie Night. Monday, July 31st. BYOS. BYO-what? Soap? Monkey? It's Monkey Boy! Yeah, it's Monkey Boy! Mal gucken, Big Post da. Annual Summer Blowout at the Fringe Cafe. Friday, August 4th, 8 p.m. Free Food. Live Performances by Roindale. Harlequin Masquerade. The Go-Getters. Tickets available at the bar. $10 only. Spread the word. Okay. Dann, ähm, Pink Note. Angucken. I can't tell what that note saying, as long as it's up there. Fiona's Handwriting is not particularly legible. Okay, dann nehmen wir's mal. I'm sorry, but big sweaty jocks do not turn me on. I'll take a nerd any day. Aha. Oh. Exit. Dann, Moment, gucken wir mal hier, was da steht. Founded. A Goldring under the common room sofa. If it's yours, let me know. But no false claims, please. Fiona. I did lose a Goldring a few weeks ago. I hope this is the one. I'll have to ask Fiona about it. Okay, Stuhl, können wir uns da hin, okay? It's a chair. It's a chair. Und naja, bei meinem ersten Aufnahmeversuch habe ich mit Fiona gesprochen und, naja, die hat gut zwei Stunden Text und, nee, ganz ehrlich, das, nee, das ist zu viel. Wir zeigen einfach den Zettel. Sie ist halt die Verwalterin hier, ihr und Miki, ihrer Lebensgefährtin, gehört dieses Apartmentgebäude hier. Wir sind noch eine Mieterin, erst seit kurzem da, um euch mal im Kroben zu erzählen, was sie uns sagen würde. Ja, und das finde ich cool an dem Spiel, es hat halt so einen speziellen Humor. Und naja, äh, wir geben einfach mal den Zettel. Ich sah diese Noten auf dem Korpommern. Ich denke, der Ring könnte mir sein. Ich bin sorry, ich muss mich fragen, aber könnt ihr den Ring beschreiben? Sure thing, es sagt, Sweet Sixteen. Mein Vater hat es mir gegeben. Ich denke, es war der einzige Geburtstag, die ich erinnert, oder zumindest erinnert. Ja, das ist der Ring. Ich habe es unter dem Sofa, als ich vacuuming habe. Hier bist du, Lieber. Danke. Es ist nicht wert, aber es hat eine bestimmte... ...eine Werte für mich. Es ist ein sehr schön Ring. Ja, ja, es ist. Mein Vater hat mir nie etwas schönes, bevor oder seitdem. Er muss sich gewonnen, ein Poker-Gamer oder so, das Tag. Sie wissen, es ist strange. Ich liebe ihn nicht. Er ist ein Barsch, und er hat mich wie ein Krap, almost jeden Tag meiner Leben. Aber ich liebe ihn nicht. Ich bin sorry für ihn. Warum? Weil er nicht weiß, wie zu lieben. Er kann nicht lieben, oder nichts zu lieben. Und weil er miserabel wird, jede Sekunde, jede Minute, jeden Tag, bis zum Tag, dass er sterben wird. Gott, ich bin glücklich, dass das Leben hinter mir ist. Ich hoffe, dass ich ihn nie wiedersehen muss. Nein, das klingt nicht richtig. Ich habe eine Wahl gemacht, nicht ihn wieder zu sehen. Ever. Und ja, jetzt haben wir auch noch etwas Kleines aus Fion... Äh, ähm, aus Aprils Vergangenheit erfahren. Nämlich, ihr Vater war nicht unbedingt der Beste. Und, naja, von der Mutter... Gab es sie? Wenn ja, welche Rolle hat sie dabei gespielt? Naja, sehen wir uns erstmal hier den Ring an. Dad gab mir diesen golden Ring auf meinem 16. Geburtstag. Kann ich den anziehen? Nope. Also, gehen wir Front Door, gehen wir raus. Okay, wohin? Was ist das? Maschine. Mal angucken, was soll das für eine Maschine sein? Ähm... Wow. Wow. Es ist bei 100. Das ist Prozent, ich glaube. 100 Prozent? Pressure? Ähm... Also, ich hoffe mal nicht, dass es 100 Bar sind. Denn das wäre nicht so toll. Es ist eine russische, alte Rüge. Ich würde mir vorstellen, dass es die Wasser auf und auskommt. Können wir es bewegen? Können wir den die Wasserversorgung abmachen? Oh, Budge! Die Pressure ist wahrscheinlich zu hoch. Oh. Klammer. Das ist wahrscheinlich Mickeys Handwerk. Sie ist die Klammer in diesen Teilen. Ich weiß nicht, warum sie die Klammer da ist, doch. Können wir die Klammer nehmen? Oh, 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 oh. Oh. Es scheint, die Klammer hat eine Vorstellung, nachher alles. Hm, was eine Überraschung. Okay, lasst uns das da. Was eine mystifische Kontraption. Und völlig absurd. Was sind alle diese Völfe und Rüge und Thingamajigs für? Was ist die große Vorstellung? Was ist das alles? Okay, okay, lasst mir die Maschine einfach. Ich würde jetzt einfach nur mal schätzen, dass die hier zur Wasserreinigung ist. Ich liebe diesen Mural. Ein anderes Motif ist ein bisschen... tritt. Ich meine, Veritagungsforszen und magische Drogen? Aber trotzdem, es ist schön. Ich weiß nicht, was zu dem Artikel passiert. Wahrscheinlich eine Bündel von cheesy Fantasie-Kalendern und Buchcovers. Das ist Cortez. Er sitzt in dem gleichen Ort, fast jeden Tag. Ich muss es sagen, er schützt mich ein bisschen. Oh je. Senorita. Ja? Wie geht es dir heute Morgen, Senorita Bonita? Ich bin... Busy. Genau, busy. Busy? Ich verstehe. Jeder ist busy heute. Du hast ein großes Show kommen, oder? Das ist richtig. Ich muss gehen. Ich werde dich wiederholen. Sunshine und pretty Senoritas geben ein altes Mann wie mir die Blues. Ich mag, dass meine Tage kalt und regnet. In Wahrheit, ich denke, dass ich die Welt in black and white sein würde. Wie ein altes Film. Wie alle gute Filme. Aber sag mir, Senorita Ryan, wie würdest du deinen perfekten Tag beschreiben? Ich bin sorry, aber ich muss rüber. Ja, wir müssen weg. Espera, warte mal. Selbst wenn du immer rüberst, Hey, you'll still be just as unhappy. You are troubled by nightmares. Ähm. What? You are afraid of them. You even fear your dreams may be real. Äh. Who told you about my nightmares? No one. I can tell from looking into your eyes. I see the ghosts that haunt you. Der Typ ist unheimlich. I don't know who you've been talking to, but if from now on stay the hell away from me and my personal life. No puedo, Senorita Ryan. You have a destiny. Destiny? I don't care what you think. Just, just leave me alone. If you don't face them, I'm afraid your nightmares will continue. Soon they will appear to you even when you're awake. You need some serious help, you know that? We all do, April. That's the reason we are here, you and me. That's it. I don't have to listen to this. Badonami. I've upset you. We didn't think you'd react this way. Okay, I hope we can talk again soon. I don't think so, no. Please, think about it. And Senorita, cuidado. Be careful. Okay, wie, was meint er mit, wie? Wir, äh, okay, okay, jetzt bin ich verwirrt. Entweder der Typ ist komplett verrafft, oder es steckt mehr dahinter. Naja, vielleicht erfahren wir das dann im dritten Part von Let's Play The Longest Journey. Bis übermorgen. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao.